ja willkommen mein namen ist an die wahlp und mein namen ist mit der let's play mario party acht ja wir haben den letzten paar und zehn minispiele aus der freien fahrer gespielt und kronenkrawall mario hat er gewonnen weil dann hier ein schlechter verlieren ist ja und man war tafel drehen ja gewinne die spieler um die meisten felder zu erobern also heute steht auf dem programm tafel drehen und drei gewinnt und dann und dann im letzten part spielen wir beide als marius maraton ja das soll dann der letzte part zu sagen zeit umbrauch gedrehen mit dem sieg beim tafel drehen musste beispielsweise nach jedem spiel sie kannst du dir eine tablele aussuchen diese und alle angrenzten tafeln drehen sich dann um und zeigt ein symbol ok langer regelregelung das kapitel also legen wir nicht im meisten gewinnt hat gewonnen die scheibe spielen wir spielen genug wenn um video spieler kann es irgendwie ich bin ein bisschen ich gehe mal daraus warum kommt ihr auf mich ich habe sie engagiert sie standen unter meinem band eine verwandte von geister irgendwie ja das sind feurige geister wir haben schwarze augen ja eine freie tafel ganz noch eins hier nehmen wir gewinnt machen oder was am ende keine tafel kann man nicht mehr doch die kann man umdrehen kann man immer mann der fängt mich hier die ganze zeit der fängt mich hier die ganze zeit der trifft natürlich die kleinen dinger ja mit seinen kleinen dinger ja man los muss sein seit mir die schlampen und sammelt meine bälle auf das klingt ein bisschen falsch schnappt mich meine bälle genau schnappt mich meine balls you want to live ich habe jemanden jetzt überhaupt keine ahnung also das schon so wie ich sehr gleich gewonnen ich bin der hut von harry potter also auch so entsprechende glaube ich ja griffindor unbedeutender karakter nummer zwei ich habe gewartet auch manchmal steht auch natürlich kann man nicht auf die drauf springen also mario logik da kann man drauf springen ein weißer mann sagte einmal nein harry und das ist und daran kann man nicht sterben und schon wieder gewonnen ich weiß schon in einer farbe ja das wäre natürlich viel besser wenn sie blau wären also meine farbe ja ja wenn ich spiele 1 wäre weil ich habe dieses und ich mag roh nicht und ist immer noch besser als blau ich nehme dieses weil sie kommt weil sie mal kommt das ist dass ich das lustig aus jetzt zeigt mein vierten siegen zu holen extra du die blauen und ich die roten okay ich komme nach dem 들어가 nein nein oh 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 das ist so falsch ein kommenter das war so hast du bist fertig ist das denn gemacht wird es ja nur ein 40 was nicht gewesen ich war an den weg ist einfach meine bälle gesagt kollektiv balls ich kenne es ging mir in die deck weil das sie kippt in die in die deckt war welche rote fläche manchen davon jetzt ganz so gar nicht kann ich gar nicht er leckt mich bei beiden dreck so eine bestimmte anzahl ja ja oh yes oh no okay okay das war so klar es gibt nur einen schüttelmeister wenn ich noch einmal geschützt hätte ich hätte gewonnen kann sein es ist einfach mein kampfschrei ich kann wahrscheinlich auch mal im blauen aber jetzt nicht mit mir ich wollte es hat denn das ist auch freifelder besten die jahre sind und nein da gibt es doch nicht da ist noch ein ding bisschen übrig jetzt gewinnt hat gewonnen du kannst doch gar nicht mehr gewinnen erst einmal ein feld hat umgedreht werden kann das heißt du kriegst dann auch 16 das stimmt stimmt das ist gleichstand ja wirklich die extremen die haben hier überhaupt nichts zu melden ey ich weiß nicht ob ich will mein gott alle sehen irgendwie gleich auf ja natürlich das blaue getränkt besiegt ich will aber trotzdem nicht trinken man wenn wir das rot werden dann zieht es aus das blut wäre ja ich trinke aus blut mein opfer jetzt vorbei auch ich schwitze richtig den ganzen außerem bereich und die geregtheit haben wir eine drehs beendet und ganz war in die verlängerung natürlich gehen wir in die verlängerung jetzt wo ich am gewinnen war was soll hat okay der voller game breaker jalo der gewinnen müssen es gibt noch zwei mini spieler danach werden die anderen beiden wahrscheinlich auch noch aufgedeckte die korrekt an ihrer lp das war komisch genau das spiel geht das ganz feste in die hand ganz fest in die hand fest in die hand neben wo 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 zwischen was ist ist weisen weil ich weiß ich meine blöde ist nur die äußeren dinger sind jetzt hier frei und ich hab ich hab alle die äußeren ich kann ja nur ich verlieren was bringt überhaupt nicht dazu gewinnen dann bekomme ich ein feld das ich kann ja wieder alles manipulieren sondern mit nur noch verlieren aber du kriegst die punkte auch nicht abdrecken 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 komm her komm her du weißer geist du bin unsichtbar ich sehe aber auch nicht so gut aus gerade scheiße mario gewonnen war ich glaube jetzt alle punkte verloren das ist bitter außer jetzt geht noch eine verlängerung doch da kommt noch eine verlängerung kommen nein wir müssen die computer gewinnen können ich habe zwei punkte danach noch ich habe noch 13 noch verliert die ganze zeit kann ich verliere die ganze zeit ich habe vorhin welche verloren da sind noch zwei offen was soll der scheiß da sind noch zwei offen mit mich vorhin als ich gewonnen habe ja okay wir drehen noch mal eine runde ich habe gewonnen ja herr und ehrlich ja deutschland liegt 13 0 in führung warten mal noch mach mal eine 90 minuten verlängern damit das andere team noch gewinnen kann so ein schlechter verlierer drei gewinnt machen wir das nur wir beide okay okay jeder blöde hut kopf ich hast das ist ein ganz klar drei rege die regel gewinnen zu müssen eine wagen ist sie die andere linie mit drei ich vergesse mal diesen trick trick womit man immer gewinnt ich weiß jetzt nicht wo das geht oh gott sind die duell spieler wir machen müssen kopfkanonade das spiel kann ich mich gar nicht mehr erinnern ich auch nicht immer auf die steuerung basketball werfen also beziehungsweise da muss man richtig obteilen mit dem ding okay ich bin bereit bin dann bereit wenn du es bist willkommen auf dem basketball man fällt hier meine damen herren sind die joshie wie den dino und den geist der ist oben äh da moment da ist er der ist rechts der ist rechts rechts ich hab nur geworfen als der kam wenn ich jeden einzigen getroffen muss ja ja ich kann nur rhythmisch spiele kann ich halt gar nicht gut ich glaube ja ich glaube er hat ihn gerade auf den kopf bekommen das ist die nachricht hier rüber kommt jetzt auch so ein ball platzieren auch soweit ist halt ein tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac ich dachte das muss einfach die scheibe das spielen wir spielen wo ist eine bauer ok eine sekunde säge bewegen mal schwingen oder wegen mit den pinsel zu verwenden gleich wirst du da ein paar mies sehen pass auf ne halt ja das sind doch keine mies die sehen aber komisch aus nicht a und b auf den sägen und so drücken ne nur beim pinsel ok nimm die säge ha 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 warum geht das nicht ha h ok 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 h r r h h h h Aber einfach. Das war aber knapp! Das macht ja! Das Glück ist mit mir! Jetzt komme ich da und zu den rechten voll machen. Blipp, blipp, blipp! Das ist eine riesengurme! Dreh-la-ding! Nach Maden! Solltet ihr eine Chance lassen? Bereit? Äh... Ja! Das ist bescheuert. Man weiß, wie es geht. Fertig! Fertig! Das gibt's doch nicht! Hä, multiplizieren kannst! Mein Gott! Surfen im Weltall! Okay. Lenken und Beschleunigung. Ich lasse nicht durch die Baustür gefahren. Denn damit weiß... Oh mein Gott! Ich sorg's dem Brett! Jetzt! Was? Auf dazu humpen! Also humpen! Get ready to die! You made a terrible mistake! Now prepare to die! Dann sind wir weit weg! Nein! Du hast null Punkte! Nein! Ich hab baute drüber gehört! Ich weiß es ist bestens! Nein! Nein! Und ja! Nein! prepare to die!! Moment mal! Moment mal! Und das war's… Lassen wir eben im Weltall 4 Wochen. Irgendwie nicht geht, weil es im Weltall kalt ist. Aber egal! So 가지 packe ich denen auf eine roten debei... noch fast aber nahe dran war auch gut da habe ich den dreier unterbrochen schiff vorbei mache werbung hier winke das schiff herbei und sag ihm wir haben werbung wir können nicht sehen du bist transparent ich bin weiß aber ich bin ich transparent glücksspiel also nicht mal ob ich jetzt hier gewinnen gewinnen gewinnst du wenn ich pech habe jetzt bereit zu sein Prepare to death. Nimm den. Stirb. Nein! Der muss es aber sein. Alle guten Dinge sind drei. Nein! Jetzt bist du dran. Komm, flieg in die Luft. Flieg in die Luft! Flieg in die Luft! Flieg in die Luft! Ja! Was wäre denn passiert, wenn wir jetzt beide den richtigen genommen hätten? Dann wäre das Wollenschen gewesen. Es gibt sogar ein Video zu diesem Spiel. Luigi wins by absolutely doing nothing. Ich weiß. Ich weiß, ich kenne nicht. Warum gucken die Leute diese Videos? Ja, hast du gewonnen. Ach so! Stimmt! Ich habe ja gewonnen! Oh fuck! Nein! Was sollte das? Was machst du da? Ich habe mich verklickt. Du idiot! Du idiot! Ach, war egal. Egal. Ich habe jetzt drei Möglichkeiten. Ich kann mich entscheiden, wie ich gewinne. Wie es gleich gewinne. Wie es gleich gewinne. Wie es gleich gewinne. Ja, super. Ja. Er trifft ja sowieso jeden einzelnen. Oh! 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 Ich hab verloren. Oh! 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 Nein! Oh! Oh Oh! Oh! Ah! die balls! grab my balls and put them in my bag! Loot-freezer, maybe there is someone like you, isn't it? Perhaps you should check your scouter! Das ist alles so oder so, Mann, das kann sich so afgarten! Oh, nehm ich den mal! Ich nehm den mal! Gut gemacht, hier ist ein Ball! Oh, mein Ball! Oh, mein Ball! Ist in mein Seel! Die Bälle rot? Muss nur nicht weiß sein! Friedrichs-Truis! Was? Wow! Ein Sieges-Dreier! Ein Hattrick sozusagen. Ein Erfolge ist der Sieger und das ist gut oder eine Leistung. Yeah, ich hab gewonnen! Oh ja! Okay, das war's dann auch. Da wurde der verbrannt, was? Ja, du drückst mir noch ein. Nimm die Kamera weg! Get the camera off my face! Okay, das war's dann mit diesem Part. Und dann in der nächste Part ist der letzte Part mit Marius Marathon. Ja. Und dann erst dann ihre Spielen oder dann ich oder... oder halt umgekehrt. Und vielleicht sollte ich zuerst anfangen und... und du... Und ich lerne. Ja, du lernst. Gut. Und dann mal... Tschüss! Ja, tschüss!